Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir beschäftigen uns heute aus dem Gebiet Elektrizität und Magnetismus mit dem allgemeinen Induktionsgesetz. Für dieses Video sollen wir bereits die Filme über magnetischen Fluss und magnetische Flussdichte sowie über das Magnetfeld einer langen, stromdurchflossenen Spule gesehen haben. Wir lernen heute, was das allgemeine Induktionsgesetz ist, wovon die induzierte Spannung abhängt und wie man sie berechnen kann. Das allgemeine Induktionsgesetz ist ein sehr wichtiges Gesetz und es besagt, ändert sich der magnetische Fluss Phi durch eine Fläche A, so entsteht entlang der die Fläche umschließenden Linie, eine Spannung UI, die man die Induktionsspannung nennt. Wovon aber hängt nun diese Spannung ab? Das Induktionsgesetz wurde circa zwischen 1830 und 1832 von Michael Faraday entdeckt. Damals war ja schon bekannt, dass man mit Hilfe einer Spule ein Magnetfeld erzeugen kann. Um das nochmal kurz zu wiederholen, das funktioniert so. An eine Spule wird eine Spannung U angelegt. Dadurch fließt durch die Spule der Strom I und das wiederum verursacht den magnetischen Fluss Phi durch die Spule. Es wird hier also aus Elektrizität Magnetismus erzeugt und Faraday war überzeugt, dass man diesen Vorgang auch umkehren kann, also durch Magnetismus Elektrizität erzeugen kann. Er bewies seine Behauptung, indem er eine Spule nahm, sie an einen Spannungsmesser anschloss und dann einen Stabmagneten in die Spule hinein und wieder herausbewegte. Durch die Bewegung des Magneten ändert sich der Fluss, der die Spule durchsetzt oder anschaulicher gesagt, ändert sich die Anzahl der Feldlinien, die unsere Spule durchsetzt? Und diese Flussänderung ist verantwortlich für die induzierte Spannung Ui. In seinen Experimenten fand Faraday heraus, dass die Induktionsspannung von verschiedenen Faktoren abhängt, nämlich der Stärke der Flussänderung, je größer die Flussänderung, desto größer die Spannung, der Geschwindigkeit der Flussänderung, je schneller sich der Fluss ändert, desto größer die Spannung. Außerdem hatte noch die Art der verwendeten Spule einen großen Einfluss. Je größer die Windungszahl, desto stärker die Spannung und je größer die Querschnittsfläche der Spule, desto größer die Spannung. So, nachdem wir alle Faktoren gesammelt haben, die Einfluss auf die Spannung haben, wollen wir uns mal die Formel ansehen, mit der wir sie berechnen können. Die Formel für die induzierte Spannung Ui ist Ui ist gleich –n mal dphi nach dt. Und diese Formel nennt man auch das allgemeine Induktionsgesetz. Wir wollen aber noch kurz, zum besseren Verständnis, einen genaueren Blick auf die in der Formel auftauchenden Faktoren werfen. n ist die Windungszahl der verwendeten Spule. Wie wir im Video über den magnetischen Fluss schon gehört haben, ist phi das Skalarprodukt von b und dA über die Fläche a. Das heißt, dphi nach dt, die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses, enthält also die Stärke der Flussänderung, die Geschwindigkeit der Flussänderung und die Fläche a, die die Querschnittsfläche der Spule ist. Damit haben wir jetzt also schon alle Faktoren aus dem letzten Kapitel in unserer Formel gefunden. Das Einzige, was uns jetzt noch wundern könnte, ist das Minuszeichen. Und wenn ihr euch fragt, warum das da steht, das ist gar keine dumme Frage. Ich kann euch fürs Erste nur so viel sagen, das Minuszeichen steht da, wegen der Energieerhaltung. Und wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, müsst ihr euch das Video zur Lenz'schen Regel ansehen. Wir wollen nochmal wiederholen, was wir heute gelernt haben. Unter Induktion versteht man das Entstehen einer Spannung ui entlang der die Fläche a umschließenden Linie, wenn sich der magnetische Fluss phi durch a ändert. Man sagt auch, ui wird durch die Flussänderung induziert. Die induzierte Spannung ui hängt ab von der Stärke und Geschwindigkeit der magnetischen Flussänderung sowie der Windungszahl der Spule und ihrer Querschnittsfläche. Die Formel für die induzierte Spannung ist ui ist gleich minus n mal d phi nach dt. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Kalle.